Sie sind größtenteils gelassener und ruhiger geworden. Auch in der Box ist das Verhalten viel angenehmer geworden, weil die Pferde entspannter sind. Ganz deutlich ist die Muskulatur bei allen Pferden lockerer geworden. Dadurch sind sie schon von Anfang an gleich geschlossener aufgetreten, weil sie ihre Rückenmuskulatur ganz anders einsetzen. Also das Gesamterscheinungsbild der Pferde macht einen viel zufriedeneren Eindruck. Also die Auswertung finde ich super interessant. Dass überhaupt so ein Gerät solche Auswertungen ausspucken kann, verblüfft mich schon. Und wenn man das dann als Mensch noch zusammenfasst und in die richtigen Worte für die Pferde fasst, muss ich sagen, ist wirklich bei jedem Pferd auch treffend alles rausgekommen, weil wir kennen unsere Pferde sehr gut. Manches hat sich bestätigt, es sind ein paar Kleinigkeiten noch neu dazu gekommen, aber für uns war es wichtig, einfach zu untermauern. Wir sind auf dem richtigen Weg, wir haben die richtigen Punkte erkannt und dass die Box auch gleich diese Punkte, die auffällig sind, entsprechend therapiert. Ohne知? 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 Vielen Dank.